Die meisten Menschen sehen immer nur das Endergebnis. Sie sagen Dinge wie, ich werde das niemals erreichen, er hatte nur Glück. Aber was die meisten Menschen nicht sehen, ist der lange Weg, der dort dahinter steckt. Die meisten Menschen sehen nicht die Jahre, die dort drinnen stecken. Sie sehen auch nicht all die tausend Fehlschläge, die tagtäglich passieren. Die meisten Menschen sehen auch nicht all die schlaflosen Nächte, in denen man versucht, seinen Traum in die Realität umzusetzen. Tränen und Situationen, in denen man ausgelacht wird. Die meisten Menschen sehen auch nicht all die Rechnungen, die man nicht bezahlen kann, aufgrund der leeren Bankkonten. Es gibt aber einen großen Unterschied, warum es genau 1% schaffen und 99% nicht. Die 1% stehen jeden Tag aufs Neue auf und versuchen, ihren Traum in die Realität umzusetzen. Die 1% wissen, dass es niemals darum geht, eine große Mauer auf einmal zu bauen, sondern immer nur darum, jeden Tag einen Stein zu legen. Die 1% arbeiten hart, jeden Tag. Die 1% investieren jeden letzten Cent in ihre Vision und in ihren Traum. Die 1% lernen von Mentoren und werden jeden Tag besser, als sie es den Tag davor waren. Doch der große Unterschied ist, dass wir alle diese Fehlschläge haben, aber nur 1% wirklich bereit ist, jetzt durchzuhalten, um irgendwann das Traumleben zu leben, während andere immer nur träumen werden. Letztendlich ist jeder die Person, die er aus sich selbst gemacht hat. Die 1% werden die Person, die er aus sich selbst gemacht hat.